Schön wie der Commander dampft und brennt und... Kettenraucher, Zigannen. Kettenbau von den Generellen. Zigannen rauchen und fressen das können sie. Krieg gewinnen wird schon schwieriger, ne? Ja, nein! Oh, ihr miesen... Nein, nicht meine Flagge. Oh, meine Flagge ist so tot. Geil, richtig viel Lancer, so wie ich's mag. Oh, ja, killt alle meine Einheiten, kommt schon. Oh, mein Gott! Da, reparier irgendwas! Na, endlich! Okay. Da, geht reparieren. Irgendwas. Oh, ich weise jetzt dem zu. Moment, und... Oh, ich weise ich dem dazu. Ihr seid recht gut, ausgezeichnet. Ihr baut da jetzt mal... Irgend... Oh, komm! Ich kann wieder auf gerade Flächen mit bauen, oder was? Das Spiel macht mich wahnsinnig. Kommandos schon repariert? Nein, den... Den reparieren sie nix, weil das sehe ich schon jetzt schon. So, Rückzug, Rückzug. Gruppe 2, bildet. Gruppe 3, bildet. Konstruktion abgeschlossen. Wenn ich Platz hätt... Warum kann ich die da nicht hinbauen? Da ist eben ne Fläche. Ich mein... Was ist das? Da ist... Ist das ein Leitungsrohr, oder so? Soll das ein Leitungsrohr darstellen? Ich glaub schon, oder? Fällt mir grad zu auf. Sieht so platt aus, irgendwie. Gut, schon weg ältere Spiel. Hier. Und noch eine. Oh Gott, such den Platz für eine Lebensmittelplattform. Oh mein Gott. Oh, ja. Ja, er kann durch den Boden durchschießen, schon. Meine treffen natürlich überhaupt nichts, wenn sie das machen. Geil. Ob macht der endlich platt? Das wird ne echte Herausforderung. Konstruktion abgeschlossen. Alt, nein. Den brauch ich nicht. Ich brauch Panzer. Raketen. Und lauter so ein Scheiß. Los. Schick. Boah, die weißen, ich ende immer wieder automatisch. Hätt ich jetzt mal die Freundlichkeit da weg zu... Geile Scheiße. Ich baue noch so einen Sensorturm. Aus irgendeinem Grund will ich jetzt so einen Sensorturm. Gebt mir einen Sensorturm. Die baue ich jetzt überall. Warum auch immer. Okay, wir greifen an. Hat doch keinen Sinn. Gruppe 3, meldet. Gruppe 2, meldet. Gruppe 2, meldet. Melden. Vorwärts fahren. Oh Gott, Lancer-Turm. Oh Lancer, ich hasse Lancer. Konstruktion abgeschlossen. Oh nein, und die ganze... Das ist so schlimm. Wenn ich den erwischte, die ganzen engen Pässe gebaut hat, den haue ich. Den haue ich genauso toll wie denjenigen, der die Einheitenfindung gemacht hat. Boah, die beschießen mich hinter dem G. Jetzt habe ich aber Angst. Ihr soll diesen verfickten Bunker endlich angreifen. Was macht ihr? Oh, scheiß doch die Wand an. Wie soll ich alle da unten ein... Fahrt da doch mal weg. Oh, komm. Ja, habt schon recht. Bleibt alle da stehen, Mann. Ey, ist doch nicht wahr. Wie soll ich denn da einen Krieg gewinnen? Gruppe 1, meldet. Wie sieht es denn jetzt mal aus mit da wegfahren? Hallo, jemand zu Hause? Ey, nee. Kein Wunder, das ist Verlier. Mann, 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 Mann. Wenn die Amerikaner so im Zweiten Weltkrieg gekämpft hätten, hätte man längst Amerika rum und in zwei Tagen oder treu. Nee, echt nee. Nee, einfach nur nee. So, alle repariert. Wie viele Einheiten haben wir denn verloren? Oh, nur zwei? Oder was drei? Was weiß ich? Oh, ey. Zwei Leute würde ich töten nach diesem Spiel. Einmal derjenigen, die... Nein, mehrere Leute. Diejenigen, die die Wegfindung gemacht haben. Diejenigen, die die ganzen dämlichen Einheiten gemacht haben. Ja, da wollen wir noch. Komm. Ob vorher jetzt... Jetzt da rüber! Fahrt da weiter! Feindliche Basis entdeckt. Oh, ey. Ich wusste, es ist dann aber zweitens. Das war so klar. Na, komm, jagt das Ding in die Luft. Oh, jagt halt das Ding in die Luft! Oh, ja! Steht da! Robot macht gar nix! Komm, habt schon recht! Wo soll das Zeit in die... Oh! Ey! Oh, jetzt ist es gespeichert. Ey! Ich den erwischte, diesen engen Gang gemacht hat. Den schlag ich tot. Und warum könnte der mich beschießen? Ich ihn aber nicht. Geil. Konstruktion abgeschlossen. Gruppe 2, meldet! Gruppe 3, meldet! Geil! 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 Scheiße! Gruppe 1, meldet! Hopp! Ach, da hinten ist alles viel besser! Oh, flieg dich doch! Blockieren sie echt geil, na! Oh, ich hätte mehr so Huberkraft! Was ist denn wenn ich da Lancer draufstecke? Wie sieht denn das im Vergleich zu... Welche Gelebte hanya weniger? Es ist schon unterschiedlich... Nein. Ich lasse es, es ist wieder da wieder nichts. Halte da jetzt schon nichts aus. So, muss es reichen... ...es reicht nichtmals... Boah, noch einen Bunker! Komm! Hier bauen! Der hier findet... Bunga. Oh, die Verstärkung ist da. Ihr gehört jetzt alle mal zu dem Commander. Ich hab gesagt, ihr könnt jetzt zu dem Commander noch mehr Einheiten einhalten. Jetzt wird's richtig lustig. Sie fahren auch nicht weg, ne? Nein. Nein, sie bleiben einfach echt stehen. Das sind echte Männer. Bleiben echt stehen. Kennen da gar nichts. Oh ja, ich bin so schön. Ach der, ach der, den äußersten hab ich hier vernichtet. Okay. Alles wird gut, alles wird gut. Ganz ruhig. Kurz gleich. Ja, wir haben... Wir haben noch zwei Panzer, die wir los schicken können. Schick los, das Zeug. Wir greifen da jetzt an. Herrlich, wie soll das Ding halt so überhaupt nicht treffen und fahrt um. Oh man, bleibt da nicht stehen. Fahrt vorwärts, wenn ich euch vorwärts schicke. Ich glaub's einfach nicht. Wie soll das denn einfach stehen bleiben? Oh nein, es sagt jetzt nicht, ihr Vater... Oh nein. Nein, das ist jetzt einfach nicht wahr. Wollen wir neue Einheiten. Zwei davon. Zwei davon. Lieber jetzt davon ein. Davon wollen wir auch mal zwei neue. Herrlich. Herrlich. Ob, killt ihn? Ne, komm. Ich weiß so genau, was er denn jetzt gleich killt. Schon Commander verloren? Nein, nur die Hälfte meiner Einheiten. Na wette ist heute noch was. Egal, fahr mal erst mal da rauf. Spiel speichern. Irgendwas passiert, sonst würde es unangenehm ist. Das wollen wir vermeiden. Oh, noch mehr Artillerie. Wie geil. Genau, was ich gefucht hab. Artillerie ohne Ende. Naja. Wixens haben sie keinen meiner Kommande gekillt, was mich ziemlich wundert. Wundert mich echt. Oh, jetzt. Nein, das ist kein Kommande, das ist nur ein Panzer. Oh ja, alles mit Lansern bestückt, ihr seid solche Wegskämpfe. Oh. Ich glaub's einfach nicht. Ich will da jetzt aber rein. Mir egal. Besser, ich baue noch zwei Lanser. Noch eine Lanser. Und noch eine Lanser. Oh Gott, da ist ja jetzt die Hölle los. Das stört mir die ganzen Einheiten da. Die haben alle Lanser. Woh. Hick dich. Oh mein Gott. Oh, ver-fickte Scheiße, weg da. Weg da. Ihr habt sie doch nicht mal alle. Nö, wo ist mein zweiter Commander? Ach du? Ach, die sind beide da unten. Huh, das hab ich schon gedacht. Moment. Huh, Elite. Yeah. Yeah. Fett. Oh, geil. Die hängen doch wieder irgendwo in der Bamba rum. Gruppe 2, meldet. Gruppe 3, meldet. Ich hab gedacht, die Mission wird schon schnell, weil die Karre nicht allzu groß ist, aber... Ja. Satz mit X, das war wohl nix. Oh ja, geil. Wie ist alle durch ein Feindgebiet fahren. Ach, fickt euch. Verstärkungen sind eingetroffen. Yeah, ich krieg zwei neue Panzer. Dich und dich. Wo ist meine Elite? Da. Gruppe 1, meldet. 1, komm. Boah. Oh, ich hab noch ne Einheit verloren. Wen wundert? Was stehst du da rum? Gruppe 1, meldet. Oh, ich muss jetzt auch... Zur Reparatur zurückkehren, zur Reparatur zurückkehren, zur Reparatur zurückkehren. Nummer 1, meldet. Oder habt ihr da keine Interesse? Nö. Was kommt jetzt schon wieder? Die wollen unsere Pornos-Seiten empfangen, oder was? Ja. Geh doch ihr eigener Pornos-Seiten kaufen, du. Nummer 1, meldet. Fahr da mal weg. Gruppe 2, meldet. Wie sehe ich wieder wunderbar an die Reichweite. Adler riecht still. Herrlich, herrlich. Gruppe 1, meldet. Kann man einfach nur in die Hände klatschen, oder? Kann man doch was anders machen? Ich glaub nicht. Okay, wir fahren wieder da rüber.